Vielseitig. Regional verwurzelt. Individuell. Golle, Zelte und Planen GmbH. 1927 gegründet. 48 Mitarbeitende. 3 Auszubildende. Die Golle, Zelte und Planen GmbH ausplauen lebt textile Visionen. So fertig der moderne Mittelständler, passgenaue Zelte und Planen für die verschiedensten Bereiche der Industrie und Landwirtschaft, sowie für Schutz vor Sonne und Regen. Besonders wichtig der hohe Grad an Individualität. Dank einer großen Auswahl an Materialien und Fertigungsverfahren können Lösungen jeglicher Art erarbeitet werden. Dazu werden immer Nachwuchstalente benötigt, die in dem traditionsreichen Unternehmen zu technischen Konfektionären ausgebildet werden. Die Ausbildung zum technischen Konfektionär ist sehr kreativ und abwechslungsreich. Bei uns kannst du spezielle Sachen mit entwickeln und erarbeiten. Auf die Unterstützung durch erfahrene KollegInnen kannst du dich übrigens jederzeit verlassen. Teamwork wird hier groß geschrieben. Zudem erhältst du während deiner Ausbildung einen vollumfänglichen Einblick in alle Produktionsbereiche, bis hin zur Montage und dem Service. Bei uns arbeitest du in einem jungen und sympathischen Team. Nach deiner Ausbildung hast du die Möglichkeit auf eine Festanstellung. Hast du Lust auf eine Ausbildung in sämtlichen Produktionsschritten und die aktive Entwicklung innovativer Produkte? Dann bewirb dich jetzt! Golle Zelte und Plan GmbH